So, hallo und herzlich willkommen. Geil, ich werde erst mal angeschrieben auf Skype. Warte mal kurz. Ich stelle mal kurz auf mich auf beschäftigt. So. Und dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTuber's Live hier auf meinem Kanal. Ja. Wollte ich irgendein Video machen? Ja. Ja. War da nicht was? Mal gucken in den Kontakten. Tja, die Jade. Herzliche Grüße. Ich möchte sagen, dass ich mir... Okay. Auf keinen Fall. Kommt irgendwie immer das Gleiche. So. Und dann lade ich die mal wieder ein. Okay. So. Was kann ich hier mitmachen? Cool. Mach ich jetzt. Nice. So. Ein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. So. Dann können wir direkt hier rüber das Gemeinschaftsprojekt aufgeben. Und direkt fortsetzen. Ja. Ausrufezeichen. So. Dann komm mal her. So. Zack. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt. Also ich hab's gemacht wird. Ist das neckgelt. Du hast du hier zur Beschreibung vermisst? Lass das geschehen gehen. Die Store leurs currently. Oh, es geht um. Er weiß nicht. It, ist aus einer so interaktiver ladebildschirm sarkastischer kommentar und mein computer ist wieder kaputt das ist ein kopfschuss während des springens erhalten feierlicher schrei nachwagenskript noch ladebildschirm mit hinweis erster kommentar du hast 20 kids gemacht bevor du getötet wurdest professionelle kommentar ein zusammenfassung des spiels wird angezeigt abspann so ich glaube die rechnung bezahlt gut dann das ganze ans ende so dass davor und blöd dann mache ich lieber erstmal das kann ich das theoretisch danach machen aber irgendwie warte da kann ich von oben runter und runter irgendwie nicht nach der hoch ist bekommen und ich mache den weg macht dann den rein dann gehe ich mit dem hier runter und pack nochmal das rein dann eher das da rein und kann dann da noch mal was reinpacken ich bräuchte noch skript nachbearbeitung und interaktion skript und nachbearbeitung hätte ich hier so gut zack und zack 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 wobei ne warte nochmal so kontrast einstellen dann farbe zu ordnen und welcher fokus perfekt wenn dann interesse ist relativ hoch hochladen reparieren so 300.000 abonnenten bekomme abonnenten vielleicht keine so 500.000 abonnenten ist das nächste ziel was macht die danach esse ich was dann rede ich wieder und red noch mal und red noch mal und red noch mal das video ist jetzt um dann muss ich gleich wieder ein neues aufnehmen welches kann ich denn hier noch aufnehmen das ist nicht mehr so angesagt das wäre angesagt davon könnte ich ein duel aufnehmen vielleicht er macht dann nehme ich dann auch danach wieder ein gemeinsches geld auf zack und zwar nicht von dem sondern von dem was lange wartete spiel warte kann ich mir hatte ich möchte dann nichts klicken ja ok warte zum event gehen kann ich ein geschenk geben ich gucke mal wie die einfach nicht mitkommt ok so geschenk geben cool wow wie die presse posieren und dann und dann Noch mal. Noch mal. Noch mal. So, komm. Mach schneller. Komm, komm. Voll unruhig, dass die Lampen die Bilder machen. Tada! Tada! So, komm. Geht weiter. So, danach nur umarmen. So, was kann ich jetzt? Ne, das möchte ich nicht. Warte. Die Dinge zwischen uns sind interessant geworden. Mal sehen, wie es weitergeht. Okay, gut. Okay. So, dann nehme ich Oberheber rechtsgeschützte Musik. Und danach gehe ich mal in den Saal. Irgendwann reicht's auch mal. So. Da hinsetzen. Okay. Da kommt die... Zack. Ich muss mir jetzt eine Minute wirklich diesen Film angucken. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Zeitraffer rein. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Gut, ich gehe jetzt. Dann gehe. So. Ich bin nicht. Yay. Geldauftrag abgeschlossen. So. Jetzt lade ich die nochmal zu mir ein. Dann kann ich nämlich... Nein, nicht die Kimura. Die Jade. So, einladen. Warte, warte, warte. Ist hier irgendwie... eine Bezeichnung? Ne. Okay. Hallo. So! Hallo. Lass, ein Gemeinschaftsprojekt ausgehen, ausgehen. So. Und zwar... Das. Genau. Zack. Ja. Pop-Shots. Stereo-Ausgabe. Go. Hallo. Oh, guck mal, jetzt sind wir beide vor der Konsolen gezockt. Schöne Begrüße. Interaktiver Lade mit Schirm. Unlustiger Kontakt. Das ist eine einfache Aufgabe. Fröhliche Äußerung. Ausschnitt. Lade mit Schirm, Spirsch und Schreck. Lade mit Schirm, Spirsch. Lade mit Schirm. Ja, okay. Zwei Kranck. Oh, guck. Okay, dann die Schirm. Lade mit Schirm. Oh, du sagst... Schirm. kommentar ein bisschen nachbearbeitung und aktion zusammenfassung des spiels sarkastischer konnte du bist ein level aufgestiegen egoistischer kommentar so noch ein bisschen nachbearbeitung handlungswechsel damals die verabschiedung richtig sportlich danach kann ich nichts machen so zack natürlich wieder und dann wo ist das hier wie gehe ich darüber ich mache das glaube ich wenn ich das jetzt so noch reinpacke und dann noch mal so okay dann habe ich etwas keine hintergrundmusik dann mache ich das noch mal lieber raus das so passt es besser so dass und dann das so dann noch ein bisschen skript und nachbearbeitung das auf jeden fall noch das reinpacken ist noch hintergrundmusik wenn dann 99 prozent interesse okay das ist fast maximal was geht so umarmen flirten weiter geht es auszüge eines bekannten so weiter flirten dann noch einmal umarmen so danach noch einmal flirten und dann würde ich sagen dass wir nach dem umarmen die folge an dieser bestelle bänden denn wir sind jetzt auch schon wieder 15 minuten dran also dann bis zum nächsten mal ciao